Hallo alle zusammen. Finden Sie heraus, welcher Cloud-Dienst am besten zum Speichern Ihrer Fotos geeignet ist und ob es Alternativen zu Google Fotos gibt. So entladen Sie Ihre Fotos aus dem Cloud-Speicher und laden sie hoch oder importieren sie in einen anderen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplatten-Analyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnen mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Der Cloud-Speicher wird zunehmend als persönliches Archiv für Foto- und Videoinhalte genutzt, deren Qualität proportional zur Auflösung der Smartphone-Kamera steigt. Da der Gerätsspeicher begrenzt ist, ist es einfacher, alle Daten in der Cloud zu speichern und ständig Zugriff darauf zu haben. Wenn Sie Google-Dienste nutzen, sollten Sie wissen, dass das Unternehmen, an dem 1. Juli 2021 keinen kostenlosen, übergrenzten Speicherplatz mehr für Google-Fotos zur Verfügung zu stellen. Nach diesem Datum werden neue, hochgeladene Fotos und Videos auf die kostenlose 15-GB-Speicherplatz angerechnet, die jeder Benutzer standardmäßig zur Verfügung stehen. Einfach umschrieben, Google-Fotos ist nicht mehr kostenlos. Der kostenlose und begrenzte Speicherplatz von Google-Fotos, der es Nutzern ermöglicht, komprimierte, hochwertige Bilder und Videos kostenlos zu sichern, war eine der wichtigsten Funktionen des Dienstes. Da dies bald am Ende haben wird, ist es an der Zeit, nach Alternativen zu suchen. Wir haben die folgenden besten Alternativen zu Google-Fotos ausgewählt. Warten Sie jedoch, dass keine App perfekt ist. Nach Verfärchen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es keine komplett kostenlosen Cloud-Dienste gibt. Jeder von Ihnen stellt regelmäßig ein paar bis ein Dutzend kostenlose GB zur Verfügung. Mega ist ein beliebter Cloud-Speicherdienst, der 50 GB kostenlosen Speicherplatz für jeden Konto bietet. Leider gilt dies nur für den ersten Monat. Danach strumpft es auf 15 GB. Obwohl dies immer noch eine betreffliche Menge an freiem Speicherplatz ist, immer noch nicht genug. Sie können Benutzerspeicherplatz erhalten, indem Sie andere Benutzer einladen und einfache Angaben erledigen, aber diese Boni sind temporal. Mega hat einen der größten kostenlosen Servicepläne auf dem Markt und sie kostenpflichtigen Pläne sind nicht billig. Die Mega-App ist für Android und iOS verfügbar. Dego Der nächste Dego-Service. Der Dego-Dienst ermöglicht es Ihnen, Ihre Dateien in der Cloud zu speichern und Ihre Fotos-Dokumente und Videos zu sichern. Es stehen 100 GB kostenlosen Cloud-Speicher zur Verfügung. Es gibt Web-Zugang und Apps für Windows und Android. Das kostenlose Konto von Dego enthält die meisten der vermutbaren Funktionen, hat aber einige Einschränkungen diese sind Kapazität 100 GB, kostenloser Cloud-Speicher, Upload-Limits, Sie können maximal 50 Dateien pro Anfrage hochladen, maximal eine große, hochladen von Dateien bis zu 4 GB, Geschwindigkeitsbegrenzung nur bei Überschreitung intensiver Nutzergrenzen. Die Dego-Apps sind für Android-Smartphones und Tablets verfügbar. Um 100 GB Cloud-Speicher zu erhalten, müssen Sie nur die App auf Ihrem Handy installieren und sich anmelden. Flickr Alexis ist Flickr an den AIR. Flickr ist einer der ältesten Cloud-basierten Fotodienste, die es noch gibt und ist ein ebenso kostenloser Cloud-Speicher wie Google-Fotos. Flick bot früher 1 TB kostenloser Speicherplatz an. Derzeit gibt es ein Limit von 1000 Fotos. Um Fotos hochzuladen, je größer als die vergesehenen Anzahl sind, müssen Sie Flick Pro aktivieren. Es gibt eine App für Android und iOS. DuBox DuBox Ein weiterer Dienst ist DuBox. Sie können einen Cloud-Speicherplatz von DuBox erhalten, der sich gerade im Prozess der öffnenden Testphase befindet. Dies ist Teil des kostenlosen Tariffs und ist zeitlich nicht begrenzt. Der Dienst ist über mobile Android- und iOS-Geräte verfügbar. Sie können es auch auf einem PK verwenden, dafür gibt es eine Web-Version, aber wir haben noch keinen vorfertigen Desktop-Client für Windows oder Mac OS. Aber auch über die Video-Oberfläche können Sie nicht nur Dateien, sondern auch Ordnung hochladen, was sehr praktisch ist. DuBox ermöglicht nicht nur das Speichern von Dateien für den persönlichen Gebrauch, sondern auch das Erzeugen von Links für Weitergeben. Sie können dann einen Link zum Herunterladen freigeben. Kurz gesagt ist es ein kompletter Cloud-Speicher mit Synchronisation. Yandex-Disk Yandex-Disk bietet um begrenzten Speicherplatz für Fotos, die mit Android und iPhone aufgenommen wurden. Yandex wollte schon lange einen eigenen Fotodienst einrichten und hatte viel Zeit in der Entwicklung des Dienstes Yandex-Foto gesteckt. Aber es gelang nichts und schließlich wurde der Dienst abgeschaltet. Es wurde beschlossen, den Fotodienst in Yandex-Disk zu integrieren und damit unbegrenzten Speicherplatz für mit Smartphones aufgenommene Bilder zu schaffen. Um unbegrenzten Speicherplatz zu erhalten, müssen Sie Auto-Loading aktivieren. Yandex-Disk ist eine gute Alternative zu Google-Fotos. Der Dienst bietet Ihnen die Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl von Fotos in voller Qualität mit automatischen Herunterladen zu speichern. Ein weiterer kostenloser Dienst-Cluster ist ähnlich wie ein geschlossenes Instagram-Konto. Es ist ein Fotodienst zum Speichern von Fotos mit einer sozialen Komponente. Es ist möglich, Ihre Alben für einige Benutzer zu öffnen, zum Beispiel für Freunde oder Familienmitglieder. Ihr Menü-Bend zeigt Fotos aus den Alben aller Benutzer an, die Sie markiert haben oder denen Sie zugriff gewährt haben. Es ist nur die mobile Version, der App verfügbar auf dem PC nur im Browser. Wenn Sie sich nicht ausschließlich auf die Cloud verglassen möchten, kaufen und konfigurieren Sie ein NAS. Manche betrachten jeden Cloud-Service als temporär. Es ist nur solange gültig, wie Sie eine Abo-Gebühren bezahlen und solange der Service angeboten wird. Kommen umgehend viele solcher Speichereinrichtungen. Eine dauerhafte Option ist die Anschaffung eines eigenen Herdware-Speichers. Sie können ein leistungsstarkes NAS-Laufwerk mit hoher Kapazität kaufen, das sich mit dem Internet verbindet, um Ihnen den Zugriff auf Ihre Fotos im World Wide Web zu ermöglichen und Ihnen so den gleichen Komfort bei einem reichen Cloud-Dienst zu bieten. Für zusätzliche Sicherheit sollten Sie sich ein Gerät zu legen, das das Gerät unterstützt, sodass Sie einen Ausfall einer Festplatte nicht an Ihren Fotos verlieren. Bevor Sie Ihren Cloud-Speicher für Fotos ändern, müssen Sie wissen, wie Sie sie von Google Fotos auslagern und zu einem anderen Dienst übertragen können. Die erste Möglichkeit ist, alle Fotos herunterzuladen und einen anderen Speicher hochzuladen. Öffnen Sie dazu die Anwendung Google Fotos. Auf Ihrem Handy öffnen Sie das Menü Google Konto verwalten. Gehen Sie dann auf die Registerkarte Daten und Personalisierung und scloren Sie die Herunterladen, Loschen und Planen und klicken Sie hier auf Daten herunterladen und der Google Archivator wird geöffnet. Damit können Sie die Daten in Ihrem Google Konto exportieren, um Sie zu sichern oder in einem Dienst einen Drittanbieter zu verwenden. Allnächstes müssen Sie die zu exportierenden Daten auswählen, ein Hexen neben Google Fotos setzen, nach unten scloren und weiterklicken. Dann müssen Sie die Daten in Franks Methode auswählen. Aus dem Link zur Fertplatte hinzufügen, zu Dropbox hinzufügen, zu OneDrive hinzufügen, zu Box hinzufügen. Gehen Sie den Typ und Größe an. Dateien, die größer als die angegebene Größe sind, werden in mehrere Teile aufgeteilt. Nachdem Sie den Dateitipp für die Parallelität, die Größe und den Speicherort ausgewertet haben, klicken Sie auf Export erstellen und dann beginnt die Vorbereitung der Dateien. Dieser Programm kann mehrere Stunden oder sogar Tage dauern. Wenn alle fertig sind, erhalten Sie eine E-Mail. Danach müssen Sie nur noch das fertige Archiv mit Ihren Fotos aus dem neuen Speicher hochladen. Also, wir haben ein paar alternative Dienste für Google Fotos ausgewählt. Jeder von Ihnen hat seine Nachteile, aber es gibt auch Vorteile. Die Haupttendenz, die ich bei meinen Recherchen herstellen konnte, ist, dass kostenlose Dienste mit der Zeit entweder geschlossen oder kostenpflichtig werden. Es gibt zwar Cloud-Speicher mit unbegrenztem kostenlosen Speicherplatz von Fotos, aber bei einigen davon müssen Sie für einen Premium-Account bezahlen, um maximale Privatsphäre und Sicherheit zu verwert leisten. Wenn keiner der vorgestellten Dienste für Sie nicht geeignet ist oder Sie eine bessere Alternative zu Google Fotos kennen, teilen Sie sich in den Kommentaren mit. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für Zuschauen. Tschüss.